In der Kategorie Tradition und Zukunft ist nominiert die Bauerfeind AG mit Venotrain Cucun, dem Kompressionsstrumpf mit integrierten Hautpflegestoffen. Unser Venotrain Cucun ist ein medizinischer Kompressionsstrumpf mit einer ganz besonderen Wirkung, nämlich mit einer langanhaltenden Pflegewirkung. Der Nachteil an herkömmlichen Kompressionsstrümpfen ist, dass die Haut trocken werden kann und im schlimmsten Fall führt das dazu, dass die Patienten die Strümpfe dann nicht tragen, nicht tragen wollen, was natürlich schlecht für die Grunderkrankung ist. Der Strumpf ist zunächst ein ganz normaler Kompressionsstrumpf und weiterhin enthält er Zusatzstoffe, die dafür sorgen, dass das Hautmilieu sich verbessert im Sinne von Hautfeuchtigkeit. Das heißt, da wird dann beim Tragen der Pflegestoff durch die Reibung, durch die Wärme direkt an die Haut abgegeben. Die Probanden, die wir hatten, wollten den Strumpf nicht mehr hergeben und aus dem Markt sehen wir ähnliche Reaktionen. Ein sehr gutes Tragegefühl, auch eine sehr gute Compliance. Der Venotreen Cocoon ist ein ganz besonderer Kompressionsstrumpf, weil er gepflegte und damit schöne Beine macht.